So, hallo zusammen. Eine neue Woche, ein neuer Badge an Videos, aber wir befinden uns immer noch im Chapter 7. Und das war somit Ansage, weil das Chapter 7 zu Structs und Pointern eine ganze Menge an interessanten Materialen beinhaltet. Und das haben wir jetzt einfach über zwei Wochen verteilt. Das wäre für eine Woche ein ordentlicher Haufen an Stuff gewesen. Zu viel, um das irgendwie in sinnvoller Art und Weise euch beibringen und verkaufen zu können. Und darum jetzt der zweite Teil, der zweite Teil des Chapters 7 in dieser Woche. Und wir werden natürlich die beiden Konstrukte, die es hier in dem Chapter 7 geht, die Structs und die Pointern, entsprechend zum Einsatz bringen. Und zwar in einer sehr, sehr spannenden Art und Weise, wie ich finde. Etwas, was unseren Blick auf die Datenstrukturen, die wir bisher benutzt haben in C0, ziemlich stark ändern wird. Bisher war eigentlich das Array die dominierende Container-Datenstruktur, die uns erlaubt hat, mehrere C0-Werte gemeinsam aufzubewahren, zu indexieren. Die dann irgendwie gemeinsam durchs Programm zu transportieren. Das Array, das war bisher der entsprechende Container. Aber Arrays haben fixe Größe. Und was wir uns jetzt erarbeiten werden, mit Hilfe von Structs und Pointern, sind Datenstrukturen, sind Container, die dynamische Größe haben können. Lassen wir uns gleich mal rüberschalten hier auf die Slides. Okay, also wir werden jetzt mit Structs und Pointern dynamisch wachsende Datenstrukturen generieren. Also Datenstrukturen, die sich je nachdem, wie viele Elemente wir in so einem Container speichern wollen, irgendwie in ihrer Größe anpassen, wachsen können, aber dann auch wieder schrumpfen können. Okay, die Container können jeweils genau so groß sein, wie wir es für die tatsächliche Anzahl der Elemente denn benötigen werden. Okay, und die Antwort darauf ist, ist Rekursion. Rekursion, jetzt nicht in Form von rekursiven Funktionen, wie in MerchSort oder in Quicksort, die sich selbst aufrufen, sondern es werden rekursive Datenstrukturen sein, die auf sich selbst verweisen. Okay, mal schauen, wie wir das irgendwie realisieren. Mit Structs und Pointern haben wir alle Werkzeuge in der Hand, um das tatsächlich zu realisieren. Und was dabei herauskommt, ist eine Datenstruktur, die, wenn ihr die Informatik 1 gehört habt, ein alter Bekannter sein dürfte, nämlich die lineare Liste. Okay, alles klar. Also, wenn ich mir Structions-Pointer als Werkzeug hernehme, dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mir eine Liste zu generieren, eine dynamisch wachsende und vielleicht auch dynamisch schrumpfende Liste, in der ich Elemente eines Elementtyps Tau abspeichern kann. Tau ist ein 10.0-Datentyp, der uns irgendwie schon zur Verfügung steht. Vielleicht sind Tau-Integers, vielleicht sind es auch Booleans, vielleicht sind es Strings, vielleicht aber auch Arrays von Charaktern und so weiter. Also irgendein bestehender 10.0-Datentyp, den wir hier als Elemente in unsere dynamisch wachsende, vielleicht auch dynamisch schrumpfende Liste packen wollen. Wie würden wir so eine Liste konstruieren wollen? Okay, hier wäre ein Vorschlag dazu. Wir würden einen Struct benutzen, okay, und ein so ein Struct hier würde genau ein Element, genau ein Element unserer Liste, genau ein Element des Containers irgendwie aufnehmen. Klar ist, wir werden wahrscheinlich noch ein zweites, ein drittes, ein eintausendstes Element in unserem Container speichern wollen. Also wird dieses Struct nicht nur das Element selber beinhalten. Hier sehen wir übrigens das Element, lass mich das mal kurz mal verweisen. Hier in dem Feld Element, da befindet sich tatsächlich etwas vom Datentyp Tau. Das ist tatsächlich ein Element, das wir gespeichert haben. Das ist aber nicht genug Information, um unseren Container dynamisch wachsen zu lassen. Wir brauchen einen Verweis, wir brauchen Informationen darüber, wo sich denn der Rest der Elemente befinden wird. Wahrscheinlich wieder in so einem Struct, das wir ja angelegt haben. Und tatsächlich, tatsächlich gibt sich hier in dem zweiten Feld diese Information ein, stell dich ein. Das ist genau die Information, die wir brauchen, wo wir das nächste Element in unserer Container-Datenstruktur finden würden. Okay, das wird ein Pointer sein, eine Referenz. Auf wieder, auf wieder so ein Struct List. Hier steckt die Rekursion drin, okay. Wir definieren gerade so ein Struct List. So ein Struct List enthält eine Zeiger, eine Referenz auf etwas, was genauso strukturiert ist wie diese Struct List selber. Okay, ganz hervorragend. Das ganze Feld, das nennen wir einfach Next, weil wenn wir diesen Next-Pointer dereferenzieren, wenn wir ihn verfolgen würden, also wenn wir tatsächlich hier diesen Pointer verfolgen würden, dann würden wir wieder bei einem Struct List landen, in dem sich das zweite Element unserer Liste befinden würde. Dort würden wir natürlich einen LM-Field finden und genau dort wird das zweite Element aufbewahrt, aber auch gleichzeitig Informationen, die uns erlaubt, ein Struct List-Pointer auf das nächste, auf das dritte Element zuzugreifen. Diesen Pointer, der referenziert, führt uns zu einem Struct List. Dort lebt das dritte Element mit seiner Information, wo das vierte Element zu finden ist. Zack, wir sind beim vierten Element angelangt. Irgendwann werden wir genug Container-Elemente in unserer Datenstruktur abgespeichert haben. Vier Elemente reichen. Es gibt kein nächstes Element, es gibt kein fünftes Element. Dann ist die Vereinbarung, hier in diesem Struct List-Pointer, den speziellen Null-Wert aufzubewahren. Also die Vereinbarung ist, wenn es einfach keine weiteren Referenzen und keine weiteren Container-Elemente mehr zu speichern gibt, dann wird der Next-Pointer hier an der Stelle den Wert Null beinhalten. Also eine Referenz, die nicht zu dereferenzieren ist, bei der wir im Heap kein gültiges Struct List finden könnten, auf das verwiesen wird, das wäre das Ändere unserer dynamisch wachsenden Container-Datenstruktur. Okay, alles klar. Also hier steckt tatsächlich die Rekursion drin, von der ich eben gerade gesprochen habe. Und wenn ich N Elemente in Form von so einer Liste speichern will, dann werde ich dazu entsprechend N Allokationen, N Struct Lists auf meinem Heap allocieren müssen, reservieren müssen, die sich untereinander vom Anfang bis zum Ende der Liste hier mit diesen Next-Pointern untereinander verketten. Okay, das ist die Idee hinter dieser Rekursiven-Datenstruktur, die wir dynamisch wachsen lassen können. Dynamisch wachsen bedeutet, Mensch, ich brauche noch ein Listen-Element mehr in dieser Struktur. Okay, kein Problem. Einfach ein weiteres Struct List auf dem Heap mit Allok allocieren, dort das entsprechende fünfte Element platzieren und einen Zeiger auf dieses fünfte Element hier in dem Next-Pointer des vierten Elements hinterlassen. Okay, jetzt habe ich einen Container, der tatsächlich fünf Elemente beinhaltet. Okay, alles klar. Tatsächlich ist die Länge so einer Datenstruktur vollkommen dynamisch und vollkommen unbeschränkt. Das Hinzunehmen eines weiteren Elementes besteht nur darin, eine weitere Allokation durchzuführen, in dem Heap entsprechend für ein Struct List Platz einzuräumen und den Next-Pointer entsprechend zu setzen, sodass sich die einzelnen Listen-Elemente untereinander verketten. Okay, alles klar. Das hier ist noch eine Wiederholung dessen, was ich gerade gesagt habe. Es gibt die Vereinbarung, wenn der Next-Pointer null ist, dann haben wir das letzte Listen-Element erreicht, das Listen-Ende erreicht. Okay, alles klar. Das Gute ist, wenn ich mir so ein Struct List hier, also so einen Kollegen, wenn ich mir so ein Struct List, wenn ich mir den auf dem Heap alloziere mit AllokStructList, also genau mit dem entsprechenden Konstrukt hier, dann ist der Next-Pointer und eigentlich alle Felder, alle Felder hier in diesem neu frisch alloziierten Struct List, alle Werte sind hier auf ihren Default-Wert, den Default-Wert ihres entsprechenden Typs gesetzt. Das LM, das ist der Default-Wert des Typs Tau, was auch immer das Tau sein mag, vielleicht ist Tau int, dann wird LM nach Allokation auf Null gesetzt sein. Okay. Wie sieht es aus mit dem Next-Pointer? Der Next-Pointer ist ein Pointer und der Default-Wert eines Pointers, eines jeden Pointers, ist der Null-Wert. Also nach Allokation eines frischen StructList hier, nach einer Allokation eines neuen Listen-Elementes, ist der Next-Pointer auf Null gesetzt. Das ist eine ganz, ganz sinnvolle Festlegung an der Stelle. Das ist das nächste Element, das ich in meiner Liste alloziere und hinzufüge. Es wird auch das letzte Element zu diesem Zeitpunkt sein. Darum ist es sinnvoll, dass der Next-Pointer an der Stelle auf Null gesetzt ist. Das macht alles Sinn und passt gut zusammen. Weiterhin werden wir natürlich unser Idiom benutzen und ihr könnt euch denken, dass Programme, die mit solchen dynamisch alloziierten Containern, mit solchen dynamisch alloziierten Listen umgehen werden, dass sie laufend von solchen StructList-Pointern reden werden. Okay, Programme werden voll mit solchen Pointer-Referenzen sein. Darum gilt nach wie vor unsere Vereinbarung, hey, so ein StructList-Pointer mit einem Type-Dev einfach sehr selbstsprechend hier einfach durch List, durch diesen neuen kürzeren Typnamen abgekürzt. Das wird die Notation und auch die Lesbarkeit unserer Programme, die solche dynamischen Listen verwalten, irgendwie sehr, sehr viel einfacher machen. Ich kann diese Diskussion hier irgendwie nicht fortführen, ohne die Referenz, ohne die entsprechenden Vergleich mit der Listendatenstruktur, mit den List-of-T-Datenstrukturen aus der Informatik 1 zu ziehen. Also jeder, der die Informatik 1 nicht gehört hat, sorry an dieser Stelle, bitte kurz für 30 Sekunden austunen. Für alle, die die Informatik 1 gehört haben und sich daran erinnern, wie dort dynamisch Listen konstruiert wurden, nämlich mit der Anwendung, der geschachtelten Anwendung von diesen Make-Pair-Konstrukten, angewandt hier auf einen entsprechenden Empty-List-Konstruktor. Der muss da eigentlich an der Stelle die Parallelen sehen können. Okay. Das hier oben hat in Racket eine Liste von genau vier Elementen konstruiert. Kopf-Element 1, sorry, Kopf-Element 1, nächstes Element 1, ein viertes Element und letztes Element 8. Woran erkannte ich, dass das letzte Element hier die 8 ist? Ja, der entsprechende Listen-Rest war hier auf die leere Liste gesetzt worden. Es gibt keinen weiteren Listen-Rest. Okay. Make-Pair-Konstrukte erlaubt mir immer, vor eine bestehende Liste, vielleicht vor die leere Liste, ein weiteres Element an den Kopf hinzuzufügen. Hier die 8. Vor diese bestehende Liste jetzt hier, lasse ich mir kurz markieren, vor diese bestehende Liste ein neues Listenelement davor setzen. Das ist die 3 an der Stelle. So haben wir Listen irgendwie aufgebaut, indem wir jeweils neue Kopf-Elemente vorne irgendwie dran gesetzt haben. Das war die dynamische Konstruktion von Listen in Racket. Und ganz ähnliche dynamische Strukturen können wir jetzt in C0 aufbauen, wenn wir unsere Struct-Lists zum Einsatz bringen. Okay. Hier habe ich mal so ein Struct-List irgendwie aufgezeichnet. Und so ein Struct-List hatte genau zwei Felder. Das LM-Feld, in dem wir hier vorne einfach die 1 speichern würden. Offensichtlich ist der Element Typ Tau an dieser Stelle Integer. Okay. Das zweite Feld war das Next-Feld, eine Referenz auf eine Struct-List, ein Pointer auf eine Struct-List. Und ihr seht den entsprechenden Pointer hier, der tatsächlich wieder auf ein Struct-List verweist, indem ich ein Element vom Typ Tau, vom Typ Integer speichere. In diesem Fall die 1. Und das Next-Element verweist auf das nächste Element, auf den Listen-Rest, in dem ich hier ein Element des Wertes 3 finde. Der entsprechende Next-Pointer verweist hier hinten auf die 8. Die 8 ist das letzte Listen-Element, jedenfalls oben in meiner Make-Pair-Konstruktion. Hier in meiner C0-Liste soll das auch das letzte Element sein. Also folge ich der Konvention und setze den entsprechenden Next-Pointer hier an der Stelle auf Null. Okay, also dieser Next-Null-Pointer, der repräsentiert mir das Ende der Liste. Okay, alles da. Also das hier wäre die entsprechende Struct-List-Struktur, die ich aufzubauen hätte. Okay, in C0, um die dynamisch konstruierte Liste mit Make-Pair und Empty oben in Racket zu simulieren oder nachzubauen. Okay, alles da. Also das wäre eine alternative Container-Datenstruktur, die natürlich tatsächlich dynamisch wachsen kann. Ein fünftes Element lässt sich leicht allozieren. Hier könnte das fünfte Element alloziert sein. Okay, alles klar. Das wäre auch ein Struct-List, der aus zwei Feldern besteht. Der entsprechende Pointer hier, der Next-Pointer in meinem letzten Element, der müsste geupdatet werden. Lass mich versuchen, das mal einzuzeichnen. Der müsste geupdatet werden und jetzt hier auf das entsprechende neue Element zeigen. Während sich hier natürlich weiterhin die Null drin finden wird. Ich lasse mich mal bitte nicht die Null hier hinten eintragen. Das wird eine große Schmeierei. Okay, alles klar. Tatsächlich die dynamisch wachsende Datenstruktur. Völlig im Gegenteil zu Arrays, bei der wir uns zur Zeit der Allokation eines Arrays Gedanken darüber machen mussten, wie viele Elemente werden sich in dem Array befinden. Das war fix. Über die entsprechende gesamte Lebenszeit eines Arrays haben wir mit einer Datenstruktur fixer Größe zu tun, die mit genau N Elementen daherkommt. Von der Allokation bis das Array irgendwann mal mit Garbage Collection abgeräumt wird, ist die Größe eines Arrays fix. Nicht so bei den dynamischen Datenstrukturen, die wir uns hier mithilfe von dem StructList schaffen können. Okay. Das hat einen Einfluss darauf, welche Komplexität die Operationen haben werden, die wir auf diesen Container-Datenstrukturen jeweils durchführen können. Okay. Es ist die Stärke, es ist die Stärke von Arrays, die leider fixe Größe haben. Aber es ist die Stärke von Arrays, den Zugriff auf das Element an der Position N, am Index, an der Indexposition N, tatsächlich in O von 1 zu gewährleisten. Okay. Du gibst mir ein Array XS, hinten in eckigen Klammern eine 42 reingeschrieben. Der Zugriff auf das 42. Element in so einem Array geht in O von 1. Das geht, zack, sofort völlig unabhängig davon, wie groß das Array ist. Das ist anders beim Zugriff auf einzelne Elemente hier in so einer Liste. Das wäre die Repräsentation unserer Liste. Diesen Listenkopf hier, die Referenz auf den Listenkopf, den hätten wir wahrscheinlich in der Hand als einen StructList-Pointer. Der Zugriff auf das 42. Element in dieser Liste würde uns zunächst abverlangen, diesen StructList-Proventer zu differenzieren, dass wir tatsächlich auf diese StructList zugreifen. Das ist das 0. Element in meiner Liste. Okay. Ich könnte hier einmal diesen Next-Pointer dereferenzieren, um auf das nächste Element zuzugreifen. Und weil ich aber auf das 42. Element zugreifen würde, würde das noch nicht reichen. Ich würde hier den Next-Pointer nehmen und wieder dereferenzieren. Ich würde hier den Next-Pointer nehmen und dereferenzieren. Nach 42 Dereferenzierungen hätte ich das entsprechende StructList, die entsprechende Listenstruktur im Hieb angefahren, hätte mich da durchnavigiert, starten von meinem Listenkopf, von meinem Listenanfang und hätte dann das 42. Element in der Hand. Tatsächlich ist das eine Operation, die abhängig von der Position N, die ich anfahren will, tatsächlich N, die Referenzierung meines Next-Pointers benötigt. Tatsächlich ist das eine Operation, die die Komplexität O von N hatte. Je nachdem, welche Position N ich anfahren will, wird sich eine entsprechende Anzahl von Dereferenzierungen an der Stelle leider ergeben. Die Vorteile der Listenstruktur liegen tatsächlich in ihrer Dynamik. Während solche Operationen wie Mensch, fügt doch nochmal ein zusätzliches Element am Kopf der Liste ein oder das erste Element in der Liste, kannst du das bitte mal löschen, brauche ich an der Stelle nicht mehr. Während das Operationen sind, die auf so einer Liste sehr, sehr einfach durchzuführen sind, sind sie auf einem Array überhaupt gar nicht durchführbar. Ein Array hat eine fixe Länge, weitere Elemente irgendwie hinzu erfinden und so weiter. Das wird an der Stelle einfach nicht funktionieren. Da kann ich hier gleich mal einen Strich in der Tabelle setzen. Überhaupt gar nicht implementierbar mit Hilfe eines Arrays. Ohne, dass ich irgendwie das alte Array aufgebe, ein neues Array allozieren würde, ein neues Array mit mehr Platz und alle Elemente rüber kopieren würde und so weiter. Nur so könnte ich Dynamik in die Arrays einbringen. Ich müsste also die alten Arrays alle wegschmeißen und verwerfen. Das ist keine wirklich dynamische Datenstruktur. Hier, in dieser Datenstruktur, in dieser Datenstruktur hier, ein weiteres Kopfelement hinzuzufügen, ist eine sehr, sehr einfache Operation. Eine Allokation eines neuen StructList. Okay, das Ding hat natürlich zwei Felder. Hier vorne würde ich einen entsprechenden Wert eintragen, den entsprechenden Wert x, den ich in meinem neuen Element speichern würde. x vom Datentyp Tau. Okay, was mir jetzt noch bleibt, ist den entsprechenden Pointer hier zu versetzen auf das Kopfelement. Das alte Kopfelement. Das neue Kopfelement habe ich gerade hier an der Stelle alloziert. Völlig unabhängig davon, völlig unabhängig davon, wie viele Elemente sich in dieser Restliste hier hinten schon befinden. Diese Operation hat eine Komplexität von O1. Ich muss eine Allokation ausführen, ich muss das x hier platzieren, ich muss eine Referenz hier auf das alte Kopfelement setzen. Völlig unabhängig davon, wie die Liste inzwischen gewachsen sein konnte. Das ist eine Operation, die immer genau gleich viel Zeit benötigt, egal ob die Restliste 1.000, 1.000.000 oder vielleicht 0 Elemente beinhaltet. Das ist eine Operation, die tatsächlich mit Komplexität O1 daherkommt. Ganz hervorragend. Und genauso sieht es mit der Löschung des entsprechenden ersten Elementes aus. Was ich an der Stelle einfach nur machen muss, ist die Referenz, die ich mir auf das alte Kopfelement hier bisher gemerkt habe, die wegzuschmeißen und sie zu ersetzen durch diese Referenz hier, die mir auf das bisher zweite Element zeigt. Also das hier wäre jetzt meine neue Referenz, die ich mehr merken würde als den neuen Anfang der Liste. Den Kollegen hier, den kann die Garbage Collection gerne abräumen. Die Referenz darauf würde ich vergessen. Und das ist ebenfalls eine Operation, die in O von 1 abläuft, völlig unabhängig davon, wie lang der Rest der Liste an der Stelle inzwischen schon gewachsen ist. Okay, also eine neue Art von Containerdatenstruktur, die tatsächlich mit Hilfe von Structs und Pointern, Structs, die ich dynamisch auf dem Heap allozieren kann, Pointer, die ich dann benutze, um diese entsprechenden einzelnen Allokationen zu einer Liste zusammenzusetzen, die ich benutzen kann, um tatsächlich dynamische Datenstrukturen aufzubauen. Völlig anders als Arrays. Und im Rest dieses gesamten Chapters werden wir zwei Spielarten, zwei Varianten solcher dynamisch wachsenden Listen anschauen. Die erste, die ich euch dazu verkaufen würde, das wäre die sogenannten Queues. Queues sind spezielle Listen. Queues sind Listen, eine Datenstruktur von genau der Art, wie wir sie gerade eben eingeführt haben, aber mit sehr, sehr restriktiven Zugriffsmöglichkeiten. Ich gebe mir also ein Muster vor, ein striktes Muster vor, wie ich in so einer Queue Elemente irgendwie hinzufügen werde, an welcher Stelle ich in so einer Queue, in so einer Liste, entsprechende Elemente irgendwie löschen werde. Okay. Wenn ich mich an diese entsprechende strikte Muster halte, dann entwickelt sich beim Zugriff und beim Speichern von Elementen in diesen sogenannten Queues ein ganz besonderes Zugriffsverhalten heraus, das sogenannte First-in-First-aus-verhalten, Out-verhalten oder FIFO-verhalten. Darum werden Queues auch manchmal FIFOs genannt. Ich werde das gleiche irgendwie noch hier an Beispielen ein bisschen klarer machen, denn wenn wir sehen können, dass einfach nur durch das Einhalten eines Protokolls, sozusagen, einer restriktiven Zugriffsmöglichkeit auf diese Liste sich ein sehr, sehr interessantes Zugriffsmuster irgendwie einstellt. Weil ich so restriktiv bin bei den Zugriffsmöglichkeiten auf meine Listen, auf meine Queues, reicht das ein sehr, sehr schmales, ein sehr, sehr dünnes Interface reicht mir an der Stelle schon aus, um solche Queues tatsächlich zu charakterisieren und mit denen umzugehen. Ich brauche tatsächlich eigentlich nur zwei Hauptoperationen, die sogenannte N-Queue- und die D-Queue-Operation. Mit der N-Queue-Operation, das ist die erste hier, füge ich neue Elemente zu meinen Queues, zu meinen dynamischen Listen hinzu. Und die restriktive Zugriffsmöglichkeit, das Protokoll der Queues verlangt, dass neue Elemente immer am Ende der dynamischen Liste, am Ende der Queue eingefügt werden. Die Queue ist die entsprechende Schwester-Operation, die mir das Element am Anfang der Queue, am Anfang der dynamischen Liste zurückliefert und dieses Element dann auch entsprechend löscht. Also Einfügung am Ende, Löschung am Anfang. Andere Zugriffsmöglichkeiten erlaube ich mir nicht, wenn es darum geht, mit Queues umzugehen. Und was sich tatsächlich dadurch einstellt, ist ein sogenanntes First-In-First-Out-Verhalten. Die Elemente, die ich zuerst mit N-Queue in meine entsprechende, in meine Datenstruktur eingefügt habe, die werde ich als erste mit D-Queue auch aus der Liste, aus dieser Datenstruktur wieder entfernen. Wer also schon am längsten in der Datenstruktur verweilt als Element, dem werde ich auch als erstes wieder mit D-Queue entfernen. Okay, das ist ein Verhalten einer Datenstruktur, das ein sehr, sehr breites Einsatzfeld hat. Viele Dinge da draußen, auch außerhalb der Informatik, die funktionieren wie Queues, wie First-In-First-Out-Datenstrukturen. Jeweils würde man es manchmal hoffen, dass sie so funktionieren, wie zum Beispiel an der Supermarktkasse. Wer sich zuerst an eine Schlange in einer Supermarktkasse anstellt, N-Queue, der wird auch als erstes von dem Kassierer oder von der Kassiererin eine Stelle bedient werden. D-Queue, wer zuerst kommt, wird auch zuerst aus der Datenstruktur, aus der Schlange entfernt und wird zuerst abkassiert. Okay, das ist das Verhalten einer Supermarktkassenschlange. Jedenfalls im Idealfall ist es so, jetzt am Samstag habe ich schon wieder das Gegenteil erlebt, aber das ist eine andere Story. Streaming, okay, wenn Audio- und Video-Daten durch einen Streaming-Player wiedergegeben werden, dann sind die Audio-Daten, die zuerst den Player erreichen, die, die auch zuerst verarbeitet werden, aus dem Stream entfernt werden und mir in ein Audio-Signal übersetzt werden, das ich dann irgendwie hören kann. Würde diese Reihenfolge irgendwie umgedreht werden, könnte ich davon ausgehen, dass das Audio-Video-Signal irgendwie scrambled ist oder nicht wahrnehmbar ist. Also die Streaming-Daten, die zuerst in meinen Video-Player reingehen, NQ, werden mit DQ zuerst vom Video-Player entfernt, damit sie irgendwie in ein hörbares Audio oder vielleicht auch ein gesichtbares Video-Signal umgewandelt werden können. Okay. Ein anderes Beispiel, das ihr vielleicht jetzt auch schon live im Terminal erlebt habt, sind die Unix-Pipes. Also ein Konstrukt der Shell, das normalerweise durch so ein Pipeline-Symbol, durch so einen entsprechenden senkrechten Strich hier dargestellt wird. In meiner Shell könnte ich zum Beispiel dieses Kommando hier eingeben. Ihr seht, das ist ein etwas längeres Shell-Kommando, das eigentlich aus zwei Teilen besteht. Getrennt sind die beiden Teile durch dieses Pip-Symbol, durch diesen senkrechten Strich. Okay. Die Daten, die das erste Kommando hier erzeugt, also zum Beispiel eine Liste aller C0-Files, die sich hier in diesem Zip-File befinden, die Daten, die dieses Kommando erzeugt, treten durch die Pip hindurch und werden genau in dieser Reihenfolge durch das nächste Kommando, in diesem Fall ist das Sword-Kommando, empfangen. Okay. Also wer hier zuerst die Pip irgendwie erreicht, als Datum, okay, enqueue, der wird auch als erstes von dem nächsten Kommando aus der Pip entfernt, dequeue, um dann weiterverarbeitet zu werden. In diesem Fall wird jetzt hier eine Sortier-Liste irgendwie erzeugt. Okay. Alles klar. Also beim Übertragen der Daten von einem Kommando zum nächsten wird irgendwie, überholen sich die Daten irgendwie nicht gegenseitig. Sozusagen wer zuerst die Pip erreicht, der wird auch zuerst an das nächste, nächstfolgende Kommando, in das hier rechts stehende Kommando, in der Pip irgendwie weitergeleitet. Okay. Wenn ich meinen Audio-Player, in diesem Fall, weil ich hier auf einem Mac unterwegs bin, meinen iTunes Audio-Player benutze, und dort Playlists anlege, dann funktionieren die nach dem FIFO-Prinzip. Die Tracks, die ich zum Abspielen zuerst in meine Playlist eingesetzt habe, die werden auch zuerst bei der Audio-Wiedergabe irgendwie zuerst gespielt. Dequeue, okay. Ich kann natürlich dynamisch weitere Tracks zu meinen Playlists hinzufügen, die werden sich aber hinten anstellen, wie in der Supermarktkasse. Okay. Also enqueue, weitere Tracks hinten in der Datenstruktur irgendwie ansetzen. Enqueue, Ende. Okay. Mit dequeue wird sich der entsprechende Player den nächsten ersten Song am Anfang der Queue, der Liste greifen, um ihn dann tatsächlich wiederzugeben. Okay. Es gibt andere Beispiele dafür, zum Beispiel die TCP Flow Control, also wer ein bisschen was über Netzwerkkommunikation weiß und über höherwertige Netzwerkprotokolle, in denen sich Daten auch gegenseitig irgendwie nicht überholen können, in denen sich das Netzwerkprotokoll entsprechend darauf einstellt, dass verschiedene Kanäle, verschiedene Bandbreite unterstützen können. TCP Flow Control achtet darauf, dass sich Daten in diesen Kanälen nicht gegenseitig überholen können. Wer zuerst auf den Kanal gesendet wird mit enqueue, der wird auch zuerst von einem Empfänger irgendwie von dem Kanal wieder entfernt mit dequeue, um dann entsprechend beim Empfänger verarbeitet zu werden. Okay. Also ohne Ende-queue, ohne Ende-fifo-Beispiele da draußen. Und genau so eine Datenstruktur werden wir im Rahmen der nächsten Videos irgendwie inspizieren und betrachten. Und wie ich schon gesagt habe, das Interface für Queues ist ein sehr, sehr schlankes. Besteht eigentlich nur aus zwei Operationen, aus diesen enqueue- und dequeue-Operationen. Darum würde ich als letztes hier, die letzte Slide, die ich euch zeigen würde in diesem Video, würde ich kurz ein bisschen formaler, ein bisschen genauer fassen, wie denn so ein Interface, ein queue-Interface irgendwie aussehen könnte. Was wären die Operationen, die ich von so einer Queue irgendwie verlangen würde? Das folgende Interface hier, diese wenigen Funktionen, die würden eigentlich schon ausreichen, um mir ein voll funktionales Interface auf so einer dynamischen List-Datenstruktur, die sich wie eine Queue verhält, irgendwie zu realisieren. Okay. Ihr seht, dass ich hier auf dieser Slide überhaupt noch nicht von Implementationen spreche. Das Einzige, was mich interessiert, sind die vier Operationen, die sich in dem Interface finden werden. Mich interessieren die Typen, die Signaturen dieser Operationen, vielleicht auch eine entsprechende Erklärung, die sich hier in den Kommentaren im guten Stil rechts daneben befindet. Okay. Aber noch keine konkrete Implementation. Die konkrete Implementation ist etwas, was wir uns im nächsten Video anschauen werden. Die Realisierung ist hier noch nicht relevant. Das Einzige, was mich interessiert, sind die Signaturen der Operationen. Das nennt man auch Abstraktion. Ich vertraue einfach darauf, dass ich in dem nächsten Video oder in den nächsten zwei Videos tatsächlich zu einer funktionalen Implementation von Queues kommen kann. Meinen Benutzern, denen ich sagen möchte, hey, wir haben hier Queues implementiert, FIFO-Datenstrukturen, du kannst sie wie folgt benutzen. Für diese Benutzer würde diese Information, die ich hier auf der Folie 19 zusammengestellt habe, wäre die schon ausreichend. Es gibt zum Beispiel eine Queue-New-Operation. Die braucht gar nicht einen Parameter. Was sie dir aber geben wird, ist eine leere, neue, funktionale Queue. Okay. Noch keine Elemente drin gespeichert, aber du hast ab jetzt nach Queue-New eine neue, brandneue Queue in der Hand, in der du mit N-Queue Elemente platzieren könntest und in der du mit D-Queue Elemente rausziehen könntest. Wenn du so eine neue Queue in der Hand hältst, dann ist sie tatsächlich leer. Und ob eine Queue leer ist, das könntest du mit dem Prädikat Queue is empty überprüfen. Okay. Da geht die entsprechende Queue, die ich überprüfen möchte, rein. Was rauskommt, ist ein Boolean, der mir sagt, ja, tatsächlich keine Elemente drin, true, oder es befindet sich mindestens eins, vielleicht auch tausende von Elementen in der Queue drin, dann würde die Queue is empty mit false antworten. Okay. Und dann noch genau die beiden Operationen, die so eine Queue tatsächlich ausmachen. Die N-Queue-Operation. Okay. Hier so ein bisschen abgekürzt. Also die Queue-N-Queue-Operation. Da gibt es mir eine Queue, eine schon existierende Queue, mit Queue nur angelegt vielleicht. Dort ein weiteres neues Element E anfügen. Und wir wissen, wo in so einer Queue angefügt wird, am Ende wird angefügt. Natürlich muss E vom Datentyp Tau sein. Ganz klar, in so einer Queue werden nur gleichartige Elemente, die alle den Typ Tau haben, gespeichert. Alles klar. Und dann noch die letzte Operation, die Dequeue-Operation. Queue, Dequeue. Okay. Was ich mir da irgendwie als Parameter eigentlich nur übergeben muss, ist die Queue selber. Die Queue, von der ich jetzt am Kopfelement, das Element greifen werde. Ich werde das entsprechende Element zurückliefern. Das wird den Typ Tau haben. Und dieses Kopfelement wird an der Stelle entfernt. Am Ende wird mit Enqueue angefügt. Am Kopf wird mit Dequeue entfernt. Andere Zugriffsmöglichkeiten gibt es auf diese dynamischen Listen vom Typ, von der Art Queue FIFO, gibt es nicht. Alles klar. Ganz hervorragend. Wie gesagt, die konkrete Implementation von dem Ganzen, die werde ich mir für das nächste Video aufschieben. Zum Beispiel ist es, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass sowohl die Enqueue- als auch die Dequeue-Operationen einen Seiteneffekt haben müssen auf diese Queue hier. Okay. Ihr seht, dass die Enqueue-Operation hier eine Operation ist, die mir nicht eine neue Queue zurückliefert, sondern einfach mit Void. Das ist eine Funktion, die wohl mit Seiteneffekten auf dieser existierenden Queue arbeiten muss und dort ein neues Element am Ende platziert. Und auch hier diese Dequeue-Operationen, die benutzt den Rückgabeparameter, um ein Element, das Kopfelement, der Signatur Tau zurückgeben zu können. Und natürlich wird die Löschung des entsprechenden Kopfelementes in der Queue als Seiteneffekt auf dem Parameter Queue hier ausgeführt werden. Das werden wir aber uns genauer anschauen, wenn wir dann die Implementation von dem ganzen Ding anschauen. Ich habe ja so ein bisschen sehr, sehr optimistisch von so einem generischen Datentyp Tau gesprochen, so ein Element-Datentyp Tau, der hier in meinen Queues gespeichert werden kann. Leider gibt es in C0 keine Polymorphie. Also leider gibt es keine generischen Typen, in denen ich sagen könnte, Mensch, das hier ist eine generische Queue, die für alle Taues funktioniert. Jede C0-Implementation einer Queue wird sich tatsächlich für einen ganz konkreten Element-Typ Tau, String, Boolean, Integer oder sowas entscheiden müssen. Und wir werden sehen, was das für Konsequenzen für unsere Implementation an der Stelle hat. Okay. Sehr gut. Damit hier ein Deckel drauf. Dynamisch wachsende Datenstrukturen realisiert durch diese Struct-List-Zellen mit einem Elm-Feld und einem Next-Feld. Okay. Und jetzt hier unser Ziel, solche dynamischen Listen nicht irgendwie zu manipulieren, Elemente in der Mitte einzufügen oder sowas ich, sondern sie ganz restriktiv in der FIFO-Form, in der Queue-Form zu betreiben mit NQ- und DQ-Operationen. Genau wie wir die bauen werden im nächsten Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Haut rein. Wir sehen uns bald wieder. Ciao und macht's gut. Tschö.